Ja schau mal, mit dem Norbert bist du gleich, den hast du lieb, gell. Bei uns hast du ein bisschen Schiff, aber den kennst du und den magst du, gell. Can she go on the leash a little bit with you? Super. Die ist jetzt ein bisschen irritiert, weil wir haben die von unseren Freunden weggeholt. Aber jetzt geht's langsam. Jetzt denkt sie nämlich, vielleicht darf sie alleine Gassi gehen. Und bei uns findet sie das noch ein bisschen gruselig. Can you come here to me? Das ist die Andromeda, ein wunderschöner, toller Hund. Schau mal, kommst du zu mir auch? Ja, ja, jetzt, das haben wir's. Oh, jetzt kann ich gerade gar kein Mieschen, wir machen mal die unter meinen Füßen durchschlucken. Das war jetzt kurz, weil wir sie alleine rausgeholt haben. Das ist noch kurz vor dem Video. Was machst denn du? Entschuldigung für die Störung, aber die wollte gerade schmussen, so ne Süße. Also die sucht ein Zuhause, das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Mädchen. Die ist groß wird sie sein, 50, 55. 50 rum, eigentlich eine ganz ruhige. Schau mal her zu mir. Wir wollen auch gerne in Schatten. Wir hoffen, dass sie bald entdeckt wird. Artemisa, schau mal. Ein letztes Bild. ... Untertitelung des ZDF, 2020